Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass alle anderen Löcher hier von hier oben ausgesehen, es nichts führen und nichts bringen, insofern. Was ist denn das jetzt für ein Schlüssel? So. Okay, nochmal speichern, wir sind ja wieder oben. Jetzt muss ich nochmal den anderen Weg finden, wo es da durch diese Tür ging. Das war also erst da rein. Jetzt wollte ich da eigentlich nicht lang. Gut, da waren wir noch nicht, oder? Ich sage ja, ich sehe hier gar nicht durch. Hm, einfach immer weiter. Ja. Ich gehe ja schon, ist ja gut. Aha. Oh man, so viel Denken am frühen Morgen. Gut, das war also für ein Poppiss. Können wir gleich nochmal hier anfangen. Und nehmen wir wieder das erste Loch. Da können wir ja auch noch andere Löcher nehmen. Dann gehen wir hier oben rein. Pass auf. Jetzt versuche ich mal diese Tür wieder zu finden. Jetzt müssen wir gucken. Ich glaube links war das Löcherli. Ne, unten. Genau, da wollte ich rein. Dankeschön. Ei, 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 ei. Achso, hier müssen wir uns noch entscheiden. Ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Entscheidung. Hier. Das sind auch wieder vier Löcher. Wo wirst du mich vorstellen? Oh, ne Kiste. Shit. Gut, das ist also nicht dieser Schlüssel. Dann laden wir nochmal. Also dieses Das werden wir heute noch ganz oft hören, ne? Keine Angst. Das war die falsche. Mensch, das ist ja... Ich kann ja auch andere Sounds drüber spielen. Ne, mach ich nicht. Da hab ich jetzt noch wirklich keine Zeit mehr zu. Ich werd das jetzt einfach filmen, rendern und hochladen. Weil ich eh schon über der Zeit bin. Ähm, unten. Jetzt glaube ich links, ne? Ja, muss ich ja. Anders geht's ja gar nicht gerade. Äh. So, und jetzt? Ich mag auch nicht zwischendrin speichern. Vielleicht werde ich das bald machen müssen. Ich hab mir gerade die Entscheidung abgenommen. Äh. Äh. Ach, zu früh ausgemacht. Okay, hoffentlich ein Tü- eine, ein Gang. Ach, du Scheiße. Ach, du große Güte. Ich möchte da gerne noch einmal rein. Jetzt meinen blauen Stäbele anmachen. Und dann einfach mal gucken, ob ich hier durchkomme. Manchmal ist es sinnvoll, anderes zu ignorieren. Vielleicht sollte ich apropos ignorieren. Mal speichern. Puh. Neeein. Vielleicht war da ein Schlüssel hinter. Ach. Nochmal laden. Ähm. Geht das auch weg? Versuchen wir es erst mal mit dem Haken. Häh. Häh. Wie jetzt? Aber. Hä? Ich versuche das einfach mal aufzuheben. Häh. Alter. Ihr wollt es aber auch wissen hier. Nein, ich wollte speichern. Oh. Hä? Muss ich hier aufpassen? Ein Raum mit nichts. Ein Hauch von nichts. Nach unten ist eine Tür. Ja, das habe ich schon gesehen. Ich speichern mal auf einen anderen. Noch einen anderen. Ich muss ja auch mal wieder hochkommen. Ich muss ja auch mal wieder hochkommen, irgendwie. Äh. Wird. Frage beantwortet. Ich dachte, ich komme mal auf einen Handschlag mit hoch. Hallo. Hallo. Hallo, Herz. Hallo, Herz. Hallo, Feil. Aua. Le. Le Fall. So. Achso, jetzt kann ich wieder richtig speichern. Ist eigentlich ganz clever gemacht, dieses Rätsel. Muss ich schon meinen Respekt aussprechen. Aber es ist echt nervig. Echt nervig. Jedes Mal hier runter und wieder neu und nochmal und nochmal. So. Den großen Schlüssel. Wir hatten ja schon die große Kiste gesehen. Jetzt müssen wir natürlich den großen Schlüssel sinnvoll verwenden. Mal gucken, wo wir das machen können. Oh Gott. Das war also wieder durch diese hier. Durch diese Öffnung. Äh. Jetzt fängt es schon an. War das jetzt hier? Oder war das hier? Oh Gott. Denn, ja gut, ne? Ne. Jetzt bin ich falsch. Habe ich den Eindruck? Hm. Wir fallen einfach mal. Ich werde das von Fall zu Fall abhängen lassen. Sagt ja jeder Richter. Ich glaube, das ist die falsche Öffnung gewesen. Ich habe ja auch gar keine Möglichkeit. Au. Oh. Mist. Wenn ich da jetzt Anlauf hätte machen können, dann hätte ich mich schön rüber schummeln können. So. Also nochmal. Das war eben falsch. Ich glaube, letzte Nacht hätte ich das auch nicht mehr hinbekommen. So um zwei Uhr oder so. Nein. Ich mache das lieber jetzt. Kommt mir ganz gelegen eigentlich. Dass ich das so spät aufnehme. Äh. Halt. Mann. Lass mich doch wenigstens mal. Eine Sekunde. Aber eine Sekunde. Ich glaube, das war falsch. Mensch. Ja. Da wollte ich nicht rein. Läuft's. Ich habe Angst. Ich will hier weg. Ich will nicht mehr. Ich muss doch nur nach Hause. Lass mir doch wenigstens meine Kiste aufheben. Aua. Schon wieder reingefallen. So. Ich glaube, oben muss ich rein. Das könnte richtig sein. Puh. Könnte aber auch falsch sein. Ich wollte es aber wissen. Ah. Direkt. Ich habe auch schön den Hintern gezeigt. Dass die auch wirklich direkt da und so. Jetzt meine ich. Das fallen schon noch. Äh. Ich teste mich erstmal hier durch. Es war falsch. Hm. Kann sich nur um Stunden handeln, ne? Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Oh Mann. Also den da. So. B3. Äh. Zwei. Da falle ich durch. Zu B3. Und da gibt es jetzt zwei. Dann nehmen wir jetzt den unteren. Und müssten eigentlich zu noch einer Kreuzung kommen. Ich bin ich das richtig. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Okay. So weit, so schlecht. Speichern lohnt insofern nicht. Ah. Hier sind zwei. Hier. Bestimmt bin ich hier richtig. Genau. Hier sind auch wieder vier. Vier Öffnungen. Ah. Giste. Hm. Ne. Du hast das Spiegelschild gefunden. Jetzt kannst du auch Strahlen blockieren, was das andere Schild nicht konnte. Na dann versuch's doch mal. Hat ja wunderbar geklappt. So. So. Das klappt ja super. Das sieht aus wie das, ähm, wie heißt denn das Schild nochmal? Ich glaube, das hieß sogar auch Spiegelschild. Wo da so ein schöner Mond drauf war. So ein, wo hat man das denn gefunden? Ocarina of Time. Hat man das gefunden? Ich will mit. Ähm. Ocarina of Time. Wüstentempel. Wie hieß das Schild? Ist das auch ein Spiegelschild? Hm. Ich glaube schon. Ich spiele übrigens zur Zeit Adventure of Link. Den zweiten Teil vom NES. Den hatte ich schon zu Weihnachten angefangen. Man spielt ja oft das, was Spaß macht, nicht? Nee. Ich hatte Legend of Zelda, den, den Uralteil, hatte ich ja zuerst durchgespielt. Ich glaube mal in zwei Tagen. Das ging relativ fix. Zu je vier Stunden. Ähm. Auch über Weihnachten. Ich hatte jetzt Adventure of Link noch angefangen, dann direkt danach. Warte mal, hier spreche ich mal auf dem anderen. Weil ich hier drei Entscheidungen habe. Ähm. Da kann ich durch. Hier will ich nicht rein. Oder doch? Warte mal. Ha. Ich glaube, ich laufe zu schnell. Ich werde hier ständig geblitzt. Hä? Bin ich hier noch richtig? Okay. Puh. Ich sehe hier langsam nicht mehr durch. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wo ich bin. Hier bin ich. Ich bin an der Stelle, wo ich eigentlich, ähm, wo ich aufgeben kann. Ich muss mal laden, glaube ich. Hm. Also ich stelle mich jetzt mal direkt davor. Das ist ja ein Strahl. Hat aber schön geblockt. Hätte ich doch eigentlich absorbieren müssen. Könnte damit auch Strahlen blocken. Aber keine Augen-OP-Strahlen. Ich fahre hier einfach mal spaßensalber rein. Ich will mal gucken. Ich muss ja im Prinzip noch einen Raum finden. Aber ich weiß nicht welchen. Äh. Ich habe hier Zugang zu fast jedem Loch. Vielleicht soll ich hier nochmal speichern. Ah, gut, dass ich neun Safe-States habe. Hier war ich schon mal, ne? Hm. Ich glaube schon. Ich fall da einfach mal weiter. Ich will mal... Ich will das mal anschauen. Es muss ja auch irgendwo einen Weg geben, wo ich denn... zum Boss komme. Und dann fehlt ja noch diese Karte. Ein Stückchen haben wir ja schon geschafft. Aber da fehlt noch jede Menge. Kann ich hier vielleicht so... Ne. Nein. Das war nicht in der Spielmechanik vorgesehen. Ich lade nochmal. Äh. Ups. Das war der Falsche. Verzeihung. Soweit wäre ich jetzt gerne. Hier komme ich sogar noch nach oben. Hier komme ich auch noch vorbei. Okay. Was schießt denn da ständig? Irgend so ein Aggro-Mob. Reicht das schon? Ja. Oh. Schön durch. Ne. Hier muss ich nicht hin. Kann ich hier denn auch außenrum? Ne. Ich glaube, da falle ich wieder ganz durch, ne? Hm. 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 Was sind denn das dafür? Ich glaube, da muss ich irgendwie hin. Ne. Um ehrlich zu sein, weiß ich überhaupt nicht, wo ich hin muss. Ich habe jetzt bloß irgendwas gesagt, damit es sich schlau anhört. Hm. Ich muss die Aufnahme auch bald beenden. Ach, Mist. Dann schaffe ich das nicht. Den rechtzeitig rauskloppen. Schaffe ich sowieso nicht mehr. Äh. War ich aber schon mal. Da waren wir schon drin. Da will ich nicht mehr rein. So. Welches nehmen wir denn jetzt? Tja. Ich habe so den Eindruck, dass hier irgendwo eine Stelle ist, wo ich mich schwer entscheiden muss. Ne. Das hatten wir schon mal. Ne. Da komme ich auch nicht rüber. Ich kann mich da mit einer Bombe mal rüberbomben. Warte mal. Ich will mal in die Mitte kommen. Genau. Hm. Ich versuche es nochmal. Ach. Ne. Also das ist es jedenfalls nicht. So. Dann lasse ich mich nochmal gucken. Vielleicht hier rein. Einfach mal. Gucken. Äh. Das kommt mir erst mal unbekannt vor. Ja. Unbekannt. Auch unbekannt. Hm. Ich habe bald keine Magie mehr. Oh. Na super. Ja. Hallo. Da ist noch eine Kiste. Wow. Tja. Natürlich. War ich hier eigentlich schon drin? Ich versuche das nochmal mit dem Bomben-Trick. Das hat doch sonst auch manchmal geklappt. Darf ich vielleicht doch mal zünden? Hm. Ich falle da jetzt durch. Ich habe echt keinen Plan. Also gar nicht. Oder besser gesagt nicht nur gar nicht, sondern überhaupt nicht. Waa. Nie schon wieder. Jo. Wo sind wir denn jetzt? Kann ich hier durchschummeln? So rein prinzipiell. Ja. Schon wieder reingefallen. So. Ach. Jetzt nur auf der Seite. Das erfreut mich nicht. Mist. Mhm. Und jetzt sind wir wieder. Ja. Jetzt läuft's. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Da waren wir ja auch schon mal drin. Ja. Kann ich? Nein. Ach. War ich hier schon mal? Oh. So langsam, ne? Ups. Nein. Alt. Hm. Okay. Okay. Vielleicht war das das Rätselslösung. Aber ich muss ja ganz nach links, damit ich an die Kiste komme. Äh. Achso. Brauchte schon sagen. Ich muss da auch weiter gehen. Ach. Ja. Ja. B6. Mist. Sind wir vorbeigehuscht. Unten oder oben? Ist eigentlich egal, weil beides führt nach Hause. Ich speichere mal schnell auf den anderen. Jetzt gehen wir mal nach oben. Ja. Das ist egal, wo ich rauskomme. Okay.